Die kurzen Eisen, die Short Iron, aufgeteilt sind die kurzen Eisen in Lob Wedge, Sand Eisen, also Send Wedge, Gap Wedge und Pitching Wedge. Der Unterschied in den einzelnen Wedges ist einfach der Winkel. Nennt sich beim Golfen der Loft. Das Lob Wedge hat 58 Grad Loft, das Sand Eisen, also Sand Wedge, 54 Grad bis 56 Grad, das Gap Wedge hat 50 bis 52 Grad und das Pitching Wedge zwischen 45 und 47 Grad Loft.